Hallo Leute, heute sind wir wieder bei einer neuen Helled Loose How to Play Session mit Bommel und mir, mit dem Hohenstaufen. Wir beide spielen regelmäßig auf der Westfront und wollen euch mit einem kleinen paar Videos den Einstieg in Helled Loose erleichtern, so damit wir alle zusammen ein besseres Zusammenspiel haben und ein effektiveres Spiel erleben. Heute zeige ich die Rolle des Anti-Tank Schützen vor. Der Bommel hat den Commander, den Kompaniechef übernommen. Zwei auch so ganz wichtige strategische Funktionen in dem Spiel. Was die können, zeigt jetzt der Bommel vor, indem er einen Versorgungsabwurf macht, damit ich, der AT zum Beispiel, eine Pack aufbauen kann. Ja, ihr hört es richtig. Der Anti-Tank Schützer kann eine eigene Pack aufbauen. Läuft also nicht nur mit der schicken Panzerschreck durch die Gegend und die Jagdpanzer. Nein, er hat auch einen Schraubenschlüssel dabei, mit der man eine Panzerabwehrkanone 40 aufbauen kann. Dafür braucht man 50 Supplies. Bommel, rufst du mir mal ein bisschen Versorgungsunterstützung? So, wir wollten gerade mal einen Supply-Job anfordern. Dann packt es so Schreck hier. Da würde ich mal abfeuern, Bommel. Die Feuer ist wieder mal ab. Das ist alles gefährlich hier in dem Spiel. Bommel kennt mich. Ich fahre jetzt mal hinter den Traktor darüber auf 110 Grad. Feuer frei. Ja, super toller Effekt muss man sagen. Also macht richtig Spaß. Aber das ist nicht die einzige Besonderheit. Die zweite Besonderheit ist, der Anti-Tank Schütze hat auch eine schicke Pack am Schraufenschützel, mit der eine Pack 40 aufbauen kann. Und für diese Pack 40 brauche ich aber 50 Ressourcen. Deswegen bitte ich jetzt den Commander. Commander, bitte, sei so lieb. Ja, ich gehe in die Knie. Sei so lieb und schick mir ein Ressourcen-Paket bitte. Ich würde gerne die Packer fahren, um es euch zu zeigen. Jawoll, wir brauchen Ressourcen. Man kann das auch schön auf dem Map markieren, wenn man das braucht. Dass der Commander weiß, wo man das hinbringen soll. Da haben wir den abgestürzten Thunderbolt in Deckung. Da bin ich mir noch schwer beeindruckt. Da ist noch der Bombenschacht drauf. So, wir haben jetzt hier auf der Map ein Supply-Symbol. Da klicken wir als Commander drauf. Da wollen wir unser Supply-Tor pumpen. Jetzt fragen wir... Die Luftwaffe an, ob die uns noch Supply bringen kann. So. Ja, das ging aber fix. Da sind fix Leute hier. Da sitzt wahrscheinlich der alte Hermann drin. Höchstpersönlich. Oh, schöner Überflug. Ah, ein schöner Überflug. Das bekommt man schön beim Luftpaket Supply. Das wird dann noch... Man hat generell Ressourcen auf dem Map zu Beginn. Man hat eine gewisse Menge an... Munition, an Manpower und an Benzin. Das wird dann... ...abgezogen. Ah, da kommt's auch. Danke, Commander. Perfekt auf Punkt. Das ist ja eine Punktlandung. Hut ab. So. Okay. Als Anti-Tank habe ich standardmäßig einen Karabiner mit 12 Ladestreifen. Die zweite Waffe, non a net, ist die Panzerabwehrwaffe. In dem Fall ist es die Panzerschreck auf deutscher Seite. Da habe ich nur eine Rakete. Was mache ich, wenn die abgefeuert ist? Beziehungsweise, sorry, ich habe zwei Raketen. Was passiert, wenn ich die zwei abgefeuert habe? Ich kann entweder mit der Handgranate weiterkämpfen, kann mich auch mit dem Fubanzpaket selber heilen. Oder, als Besonderheit, einzigartig in dem Spiel, muss ich sagen. Das habe ich sonst nirgendwo so gesehen. Ich kann eine PAK bauen. Eine stationäre Panzerabwehrwaffe. Die PAK brauche jedoch 50 Ressourcen. Die hat mir jetzt freundlicherweise der Bommel als Commander gerufen. Und ich platziere sie für euch jetzt gleich mal hier in der Stellung. Mit der Annahme in Richtung Feind, Richtung blickend. So, ja. Wenn der Feind aus dem Feld herauskommt, fähre ich sie mal mit Q und E, wie alles hier im Spielhandeltus, kann ich das perfekt platzieren. Und drücke die linke Maustaste, Placing PAK 40. Jetzt platziert ihr die PAK 40. Die Ressourcen vom Abwurf seht ihr daneben, neben der PAK stehen. Da ist auch ein Stückchen. Das haben wir mal nachgemacht. Es gab zwischen 21 und 25 Sekunden, bis die aufgebaut ist. Aber, glaubt ihr mir, die Waffe und die kurze Wartezeit ist es wert. Die schreddert jeden Sherman zu Altmetall. So, und schon haben wir es. Eine ganz schicke PAK 40, ja. Jetzt, wenn ich eine zweite bauen will, dann steht drauf, Can't reach eins von eins gebaut. Also ich kann jetzt nicht unzählige PAKs bauen. Aber ich kann jetzt eine bauen, die platzieren. Gehe mit F-Taste rein. Muss also die F-Taste gedrückt halten. Und dann gibt es hier zwei Funktionen. F1 ist die Schützenfunktion. Ja, das bin ich jetzt. F2-Bommel, wenn du dazu reinkommst. Jawoll, Bommel ist drin. Hat F2 als... Ganz kurz, mit F einsteigen. Ja, genau. Hat mit F2 den Ladeschützen genommen. Der kann nachladen. Und ich könnte jetzt die Waffe in die Richtung, wo wir jetzt hin zielen. So, machen wir halt. Ich senke. Okay. So, und dann erst mal einer. So, jawoll. Ist geladen. Ist vollbereit. Sehr gut. Da steht jetzt drin unten rechts im Display. Jetzt seht ihr Jungs. Unten rechts steht Round. Ist eine Panzergranate 40 AP. Armor pierced heißt AP. Aus dem Militärischen. Das heißt, die hat eine Panzerdurchdringung. Traverse ist also der Neigungswinkel, ist minus 4 Grad. Und die Elevation ist 27 Mill. Elevation ist der Winkel. Ja. So. Das heißt, je kürzer der Winkel, oder das heißt, je stärker die Millzahl oder je höher die Millzahl ist, desto tiefer ziehe ich. Ich gehe jetzt nach oben, habe ich eine positive Millzahl, desto weiter schieße ich. Ich zeige es jetzt mal in ungefähr Richtung zum Baum an, was das bedeutet. Erstes Feuer auf 20 Mill. Feuer. Nachladet. Wird nachgeladen. Ihr seht es, der ist jetzt auf dem Baum in der Mitte gelandet. Jetzt reduzieren wir das Ganze mal auf 0 Mill. Feuer bereit? Ist nachgeladen. Feuer frei. Ja. Jetzt sieht man, die ist jetzt nicht mehr so hoch auf dem Baum gelandet, sondern sie ist viel tiefer gelandet. Jetzt machen wir das Ganze mal ins Negative. Das heißt, wir schauen mit der Kanone Blick Richtung Erde. Gehen auf minus 10 Mill. Schaut mal, ob der Impact ist. Feuer. Ja, war also schon ganz nah. Jetzt wird es gefährlich. Jetzt mache ich zum besseren Demonstration mal 30 Mill. Was also 40 Mill Unterschied in der Koordination bedeuten. Ja, ihr seht es jetzt in der Mitte vom Baum, die Detonation. Jetzt machen wir noch einen letzten Schuss. Machen wir den mal hier auf 65 Mill. Jetzt müsst ihr irgendwo in der Mitte des Baums reingehen. Achtung, Feuer. Ja, genau in der Mitte des Baums. So, was hat das für eine Bedeutung? Warum habe ich es jetzt so demonstriert? Weniger Mill Richtung Null, also Minus und Null bedeutet Erdoberflächen gleich. Das heißt, flacher Beschuss. Die Distanz der Kanone geht nicht weit. Das heißt, das Projektil, das da rauskommt, schießt nicht weiter. Es wird relativ nahe im Umfeld von 150, 200 Metern einschlagen. Gehe ich in die Millzahl positiv rein, dann habe ich eine höhere Wirkung bis hin fast zum Artilleriegeschoss. So, ich kann einen richtig flachen, aber weiten Bogen herauf. Jetzt spielen wir das ganze Spiel mal. 178 Mill, also die Distanz ist jetzt enorm. Ich werde es aber auf diese Distanz nicht treffen. Das ist dann mehr dazu geeignet, um Unterstützungsfeuer passiv oder indirekt, wie es so schön heißt, die Militation zu lassen. Jetzt schieße ich da mal drüber, bin über dem Baum und ich schläge irgendwo mal in ferner Liefen ein. So, ich muss wieder einsteigen zum Nachladen. Jawohl. Das Nachladen. Perfekt. Ja, links, rechts, glaube ich, sind es 15 Grad. Jetzt gehe ich mal in Baurichtung auf 0 Grad, so wurde die Waffe gebaut. Und stelle ich sie mal auf 0 Grad Mil ein. So, 0 Mil, 0 Grad, so wird sie beim Bau ausgegeben. Das heißt, wenn man einsteigt, ist das die Grundeinstellung. Jetzt schauen wir einfach mal, wie weit wir nach rechts drehen können. Wir drehen, wir drehen, wir drehen. Da sieht man, die Traverse ist jetzt positiv, also nach rechts ist positiv im Uhrzeigersinn. Wenn man nach links dreht, ist die Traverse negativ, also die Gradzeile wird ins Minus gedreht. Ich glaube, irgendwo 30, 35 Grad haben wir das mal getestet, aber ganz sicher bin ich mir nicht. 22 Grad sind es, ja. 22 mal 2 sind also 44 Grad, also 22 Grad rechts, 22 Grad links kann ich sie drehen. Machen wir mal einen Testfeuerschuss. Ja, die Effekte sind enorm, ja. Du siehst also kaum, wo die Granate niedergegangen ist. Ja, deswegen drehen wir jetzt mal auf 10 Grad runter, da müsst ihr jetzt vorne irgendwo einschlagen bei uns. Ich schieße mal rechts von dem roten Tank vorbei. Ja, jetzt hat man es gesehen, den Impact, ja. Was auch interessant ist, es kostet auch Munitionsressourcen, wenn man auf die Map guckt. Wir haben jetzt nur noch 984. Das ist ein guter Punkt, ja, das ist ein guter Punkt. Los, gehen wir mal kurz ans Geschütz. Ja. Alles, was ihr macht auf Helled Loose kostet Ressourcen. Das heißt, jedes Spawnen kostet Ressourcen. Jeder Munitionsdrop, jeder Baudrop kostet Ressourcen. Es gibt da im Spiel diese drei Klassen. Der eine ist das Tank-Symbol, ja, das ist für die Fahrzeugbesatzungen wichtig. Wenn ihr auf M drückt, da seht ihr zum Beispiel beim Target-Bahn auf Heinrich 5 ein Benzinkanister-Symbol. Das bedeutet, wenn wir dieses Ziel erobern, bekommen wir extra Supplies für die Fahrzeugtruppe, für die Panzertruppe und in Zukunft auch für die motorisierte Einheit, die im Spiel bereitstehen wird. Auf dem Marker Friedrich 7, seht ihr in Vils, das ist nördlich von mir und dem Bommel hier, ein Munitionssymbol. Da bekommen wir dafür wieder Abwurfpunkte bereitgestellt für Munitionsabwürfe oder Bauressourcenmaßnahmen. Und im Sektor Friedrich 9, wo ich und der Bommel jetzt gerade stehen, da seht ihr ein 2-Mann-Personen-Symbol. Das bedeutet, wir bekommen hier Tickets für Soldaten zum Spawnen. Verlieren wir eine dieser Punkte, ist der Effekt natürlich negativ. Wir bekommen keine Nachschub mehr, wir können dann keine Feuerunterstützung mehr leisten zum Beispiel, wir können keine Baumaßnahmen mehr ergreifen zum Beispiel. Wir können dann aber auch keine Soldaten oder Fahrzeuge mehr spawnen. Also, die Einnahme strategisch wichtiger Punkte ist spielentscheidend. Kann sogar mit den Tickets hinten ranlegen, mit Soldatenzahl, von dem Gegner die Möglichkeit abschneiden, einen Panzer zu spawnen. Indem ich einfach alle Tankkanistersymbole einnehme, wird er wahrscheinlich genauso verlieren. So, suben, suben mal mit dem Mausrad. Ich mache meinen Testschuss auch nochmal. Nach jedem Schuss muss halt per Hand nachgeladen werden. Die Animation ist schon Weltklasse. Was mache ich jetzt noch abschließend? Also, das war jetzt ein schöner Effekt, den ich jetzt auch bemerkt habe hier, wenn du feuerst. Und du stehst im Umfeld der Pack, sogar als freundlicher Schütze, wirst du verwundet. Ganz interessanter Effekt. So wie es war, weil die Pack... Nein, unterdrückt. Genau, unterdrückt und ich bin verletzt worden, weil die Pack natürlich zurückgeht. Eine enorme Wucht, eine enorme Leistung, die da herrscht. Die hat auch früher zurückgeschlagen, die Pack. Und wenn man da daneben steht, beim Rad, dann wird man leicht verletzt sogar. Das ist ganz, ganz gut. Gut vorgezeigt auch vom Pommel hier, man könnte sie alleine bedienen, wenn man beide Funktionen ausfüllt. Aber ist natürlich nicht zweckführend, da ruft man sich am besten einen Teamkameraden dabei. Der eine lädt, der andere schießt und der Schütze kann das Ziel im Auge behalten, muss nicht die Position wechseln. Ganz wichtig noch zum Abschluss, was passiert? Ihr wisst ja vom Platzieren her, man kann nur eine einzige Pack platzieren pro Squad. Was passiert, wenn wir jetzt weiter voranschreiten? Wir haben das Ziel vor einer eingenommen, die Panzer sind zerstört. Ich kann natürlich durch Halten der Taste F die Pack auch abbauen. Dazu gehe ich einfach auf das Schraubenschlüssel-Symbol. Jetzt musst du raus, aber. Gehe auf das Schraubenschlüssel-Symbol. Gehe auf das Schraubenschlüssel-Symbol und drücke die Taste F. Darf natürlich keiner drinstehen, sonst funktioniert das nicht. Jetzt dauert es ein paar Sekunden und die Pack ist weg. Die Pack ist quasi wieder eingepackt und ihr seht es hier, neben den Ressourcen stehend, kann ich weiter vorne die Pack 40 wieder neu aufbauen. Das mache ich hier jetzt mal kurz zur Demo. Dauert wieder diese 20, 25 Sekunden bis sie aufgebaut ist. Im T kann man übrigens die Ressourcen noch mal anzeigen lassen, die wir noch hier liegen haben. Es sind noch 50 übrig. Ressourcen ist ganz wichtig, immer im Auge behalten. Das ist ein guter Punkt von Bommel. Und schon haben wir es hier. Fertig. So, und die Ressourcen sind alle verbraucht. Ja, das war's zum Panzerabwehrschützen, Klasse der Infanterie. Und zum Ressourcenabwurf des Commanders bei Airdrop. Ressourcenverbrauch und Aufbau einer festen Stellung einer Pack in dem Fall. Wir sehen uns beim nächsten Teil wieder. Freu mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und wenn es immer so schön ist. Wir bomben den Baum der Hände weg. Wir bomben den Teppich. Ich finde das tolle Signation. Oh ja, das ist großes Kino. Schaut euch das an. Ich fand den Baum zerstört. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und es hat euch was gebracht, was wir hier gemacht haben. Es bringt auch für uns sehr viel Aufwand mit sich. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch die nächsten Teile anschaut von Bommel. Sein Video-Tutorial Helled Loose leicht gemacht mit der Westfront Bommel und Hohenstaufen.